Die Eheleute aus Deutschland, Isabel und Gerhard, haben nun ihren lang ersehnten Kinderwunsch erfüllt. Die internationale Kinderwunschklinik Biotexcom hat dies realisiert. Ihr Sohn Julius wurde Mitte Mai geboren. Das Paar ist nun glücklich, ein Kind zu haben. Die Leihmutterschaft war die einzige Möglichkeit, für das Paar Eltern zu werden. In diesem Video erzählen Isabel und Gerhard über ihre Kinderwunschreise. An dieser Stelle möchten sie ihre Ärztin kennenlernen und sie möchten sich bei ihr für ihren Sohn Julius herzlich bedanken. Wir sind sehr glücklich, dass sie uns geholfen hat seit Juli. Sie hat uns unseren größten Wunsch geführt. Und wir hoffen, wir möchten noch ein weiteres Kind haben, wir hoffen auch, dass wir ihre professionelle Hilfe dabei haben. Und wir wissen, dass sie das auch mit viel Liebe macht. Daher sind wir ihr sehr, sehr dankbar. Ihr ist auch sehr angenehm. Ich liebe Ihnen, Sie liebt Ihre Arbeit, genau deswegen. Und ihr ist sehr angenehm, dass Sie sehen möchten, dass wir diese Freude teilen. Das ist unsere Freude, dass Sie sich die Zeit nennen, uns zu sehen. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Gerhard und Isabel möchten nun wieder Biotexcom Klapperstörche in Anspruch nehmen. Sie träumen jetzt von ihrem Familienglück zu dritt und demnächst zu viert, weil sie noch ein Kind möchten. Heute unterschreibt unser Paar aus Deutschland, Gerhard und Isabel, den zweiten Vertrag für ein zweites Kind. Sie haben schon einen Sohn bekommen, der Julius heißt und geboren ist der am 15. Mai. Und jetzt haben Sie sich entschieden für ein zweites Kind. Genau. Können Sie mir bitte erklären, warum möchten Sie jetzt ein zweites Kind haben und was sind die Gründe? Nee, du. Nee, du? Okay. Wir haben uns dafür entschlossen, war unser Kinderwunsch von Anfang an sehr, sehr groß. Meine Frau hat zwar schon zwei Kinder, für mich ist es das Erste. Und wir denken einfach, auch in unserem Alter, in dem wir sind, ist es besser, wenn Kinder zusammen aufwachsen. Nicht isoliert als Einzelkind, sondern zusammen. Wenn sie Geschwisterchen haben. Wenn sie Geschwisterchen haben. Das ist für die Kinder besser und für uns auch, weil dann haben wir im Prinzip, man sagt so in Deutschland, in einem Abwasch, geht das denn durch, bevor wir jetzt noch viele Jahre warten und die Kinder dann auch isoliert werden, was auch für uns natürlich Konsequenzen handeln würde, ist das so angenehmer für uns. Daher ist das unser großer Wunsch, noch ein zweites Kind zu haben. Egal welches Geschlecht, wir haben da jetzt gar keine Bestimmungen, extra Wünsche. Wir nehmen es so, wie uns der liebe Gott das gibt. Ja, und für mich ist auch jetzt, habe ich nur Zeit für die Familie, so ein Kino. Ich weiß, dass das bedeutet, ein bisschen mehr zu tun, aber etwas, das mir nicht gefällt, es ist, wenn die Leute mir sagen, ah, aber ein Kind, viel Arbeit und zweites Kind, noch doppelte Arbeit. Und was ich gesagt habe, ist für mich Arbeit war, als ich zum Beispiel, wir wohnen in Remagen, ich habe in Köln im Krankenhaus gearbeitet und ich musste jeden Tag hin und zurück 120 Kilometer fahren plus 8 Stunden Dienst, das war Arbeit. Aber wenn ich zu Hause bin, ich habe alles, was ich brauche, ich weiß, dass ich natürlich alles machen muss und Kind, ein zweites Kind. Aber ich denke, ich bin bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und ich denke, ich werde das schaffen. Ich komme auch von einer Familie, wo wir fünf Kinder sind. In Kolumbien ist alles, wir hatten Hilfe zu Hause und wenn das, die Sache ein bisschen kompliziert ist, kann man auch ab und zu ein bisschen Hilfe bekommen. Und das war es, deswegen bin ich auch ein Verstandesmitglied. Ich finde, dass Liebe und Zuwendung, das ist keine Arbeit und für Kind braucht man genau das. Das haben Sie sehr schön gesagt. Genau das ist der Punkt. Können Sie noch kurz Ihre Geschichte beschreiben, erzählen, wie Sie zu uns gekommen sind, also warum gerade Leihmutter schaffe ich dazu gekommen ist? Wir hatten ja viele Jahre den Wunsch, ein Kind zu bekommen, vor allem ich. Und Sie sind schon lange zusammen, haben Sie im Jahr? Wir sind seit über 20 Jahren zusammen und es war bisher, weil meine Mutter stellt mir zum Beispiel natürlich auch heute die Frage, warum erst jetzt? Warum hast du das nicht mit 20, mit 30 viel, viel früher gemacht? Und da habe ich eher, oder ich gebe ihr dann immer die Antwort oder auch anderen Menschen, es war bisher a nicht die Zeit in meinem Leben, und b, hatte ich auch nicht, es gab nicht die Gelegenheiten, es gab immer etwas anderes. Oder ich habe es verdrängt und gesagt, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, ich habe mich sehr auf mein Geschäft konzentriert, auf den Aufbau meines Geschäftes und habe insofern, war ich persönlich nie bereit dazu. Oder hat er auch vor, Maria, Isabel, nie die richtige Partnerin, wo ich mir vorstellen konnte, das ist die richtige Frau, mit der möchte ich eine Familie gründen. Und seitdem wir beide zusammen sind, sind wir uns da ziemlich sicher oder sehr sicher, dass wir den Weg für uns gefunden haben. Darf ich etwas dazu sagen? Natürlich. Es ist so, dann können Sie sagen, oder du kannst auch sagen, okay, ihr seid seit 20 Jahren zusammen, warum nicht vorher? Und ich sage ganz ehrlich, Geert war nicht bereit, Vater zu sein. Inwiefern? Ich denke, ein Kind zu bekommen, okay, ich konnte sowieso nicht, weil ich, okay, Probleme gehabt, gesundheitliche Probleme gehabt hatte, sagen wir. Frauenprobleme machen Sie. Ja, ja, ja. Und ich denke, man muss Vater oder Mutter, Eltern zu sein, bereit zu sein bedeutet, dass man wirklich sicher ist, besonders heutzutage, dass alles so überträchtig ist, sicher zu sein, ist das, was ich will, ein Kind? Ist das wirklich gewünscht, ist das Kind mit dieser Frau, was ich mir wünsche? Und ich denke, es war, wie gesagt, vorher und am Anfang von unserer Beziehung auch nicht die richtige Zeit. Und für uns Frauen ist anders. Ja, und für mich, ich bin, wie gesagt, schon zweimal Mutter gewesen. Und ich konnte bereit sein, aber ich habe nichts gesagt, weil ich gedacht habe, es ist nicht meine Arbeit oder meine Rolle, allein Mutter zu sein, sondern mit einem Vater. Zu zweit. Ja, zu zweit. Und wenn einer von den Partnern nicht so 100% sicher ist, lohnt sich nicht. Ja, nein. Ein Kind ist nicht etwas, das kommt zur Welt und ein Problem zu löchern. Ja. Und es ist unser Kind, unsere erste und unser zukünftiges zweites Kind, ist ein Kind, das wir von ganzem Herzen wünschen und dass wir wissen, dass es auch die richtige Zeit ist. Wie Julius, ja? Ja. Und das ist auch das, was wir hier sehr, sehr genießen, Maria. Im Laufe der Zeit, wir sind ja jetzt schon das dritte Mal hier, richtig? Weil unsere ersten beiden Versuche nicht funktioniert haben. Die Leihmutter war nicht schwanger, ja? Die Leihmutter war nicht schwanger. Es gab dann im zweiten Fall eine Schwangerschaft, die ist ja nach kurzer Zeit wieder abgebrochen worden, etc. Das sollte einfach nicht sein. Aber was ich damit sagen möchte, ist, was für uns sehr ergreifend ist, wie viele Menschen wir hier getroffen haben, jetzt seitdem wir hier sind. Wir sind ja jetzt schon seit drei Wochen fast hier, die alle mit uns gemeinsam diesen sehnlichen Wunsch hatten, ein Kind zu bekommen. Und wie glücklich die dadurch jetzt sind, das Kind zu haben. Die Geschichte dieser Menschen, die ist zum Teil wirklich herzergreifend. Welchen Weg die gehen mussten, welche Schicksalsschläge die vorher hatten, bis die hier angekommen sind. Das ist wirklich eine Geschichte, über die könnte man ein riesiges Buch schreiben, die ist sehr herzergreifend. Ja, über jedes Paar könnte man sowas schreiben. Das ist unglaublich, die Geschichte. Wir haben mit verschiedenen Leuten von verschiedenen Ländern gesprochen. Sie können auch Spanisch, ja. Spanisch, Italienisch, ein bisschen Französisch, Englisch, Deutsch. Und es ist unglaublich, was man erfahren kann, was von jedem Kinder, jedem Ehepaar, der hier ist, mit einem einzigen Wunsch, Kind zu haben, ein Sohn, eine Doktor zu haben. Und was die Gesichter hinter dieser Ehepaar sind. Das ist ganz, ganz, ganz beeindruckend. Und das sind die paar unterschiedlichen Alters. Also ja, sehr junge, mittler, mittleres Alter. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen, wir werden beide nicht hier für diesen Film bezahlt oder irgendwas. Ja, wir machen das wirklich freiwillig und gerne, um auch Ihnen zu helfen und Ihnen auszudrücken, dass wir hinter der Sache stehen. Ja, dass Sie unterstützen das. Wir unterstützen das. Ja, weil wir sehen ja jetzt, wie gesagt, deswegen habe ich das gerade zum Thema gebracht, nach diesen drei Wochen, wie, ich sag mal, wie glücklich diese Menschen durch ihr Kind, auch durch die Firma, durch Biotex.com sind, was man denen ermöglicht hat, dass die wirklich diesen Wunsch erfüllt bekommen. Und das ist für uns nicht selbstverständlich. Wir empfinden es auch nicht so als eine Geschichte, die man mit Geld kaufen kann. Das ist viel, viel mehr. Wie meine Frau schon sagte, das Geld ist trivial, das ist nebensächlich. Wir sind erstmal nur glücklich, dass uns auf diese Art und Weise geholfen worden ist. Und deswegen unterstützen wir Sie gerne, weil wir dahinter stehen und auch sehen, wie gut hier alles funktioniert. Das freut uns, ja. Vielen Dank. Maria, noch etwas, das ich denke, das ist auch wichtig zu sagen. Wie mutig die Ehepaaren, die hier sind. Mut gehört dazu tatsächlich, ja. Weißt du was, besonders für die Frauen, wie oft haben Sie mir in diesen Tagen, die wir hier sind, wie stigmatisiert Sie in Ihrer Gemeinde oder in Ihrer Arbeit sind. Oh ja. Ja, weil Sie sowas machen. Viele zum Beispiel haben gesagt, eine von denen, sie ist Ärztin in Deutschland, in Hamburg. Und sie hat gesagt, sie ist, okay, sie war fünf Wochen hier, sie ist ein bisschen korpulent und ihre Kollegen haben mehr oder weniger gedacht, dass sie schwanger war und dass sie fünf Wochen in Österreich war, um ihr Kind zu betrachten. Weil nur ein paar von ihren Kollegen wissen, wie ihre Geschichte gelaufen ist. Aber die anderen denken, dass sie ihre Tochter in Österreich bekommen hat. Und was wirklich lustig ist, viele haben ihr geschrieben, oh, deine Tochter hat deine Augen und dieses und jenes. Und ich finde das toll. Ich habe ihr gesagt, weißt du was, tatsächlich, sie hat deine Augen. Sie sieht genau wie die Mama aus. Und sie hat gesagt, ja, was du weißt, ich habe gesagt, das weiß ich. Obwohl das eine Eiserspende, ja. Ja, alles wie bei uns, aber trotzdem, man sollte diese Verbindung festhalten und wenn die anderen denken, okay, es ist vielleicht ein Problem. Was natürlich. Andere, auch eine deutsche Frau, sie hat gesagt, sie kommt aus Bayern, kleines Dorfchen. Und sie ist auch von der ersten Ehe, hat sie auch zwei erwachsene Kinder und jetzt Baby plus hat auch letzte Mittwoch hat sie die neue Petra für ein neues Baby. Und sie hat gesagt, ich bin sehr stigmatisiert und trotzdem habe ich den Mut, sowas zu machen und noch ein Kind. Weil das ist etwas anderes. Es ist wichtig für uns. Wichtig für uns vor allen Dingen offen auch unserem Sohn, unseren Kindern von vornherein zu erzählen, ihr seid Kinder aus Kiew. Kindergerecht, ja, also was heißt. Genau, wir haben nichts zu verheimlichen. Ja. Wir möchten von vornherein Transparenz, gegenüber unseren Kindern natürlich zuerst, aber auch gegenüber der Gesellschaft. Der Gesellschaft erklären, das war die Möglichkeit für uns, die einzige Möglichkeit, ein Kind zu bekommen. Und die haben wir genutzt und die schätzen wir sehr. Egal, ob ihr damit einverstanden seid oder nicht. Ja, weil das ist ihr Leben. Genau. Weil das ist unser Leben. Der deutsche Staat sieht das anders. Und ich bin mir darüber bewusst, wenn wir zur Botschaft gehen, zur deutschen Botschaft, dann sagt man uns erstmal, sie haben illegal gehandelt. Sie wissen, dass das in Deutschland verboten ist. Das heißt, ich werde im Prinzip wie ein Krimineller, wie ein Verbrecher im ersten Moment dargestellt. Sie müssen die Vaterschaft anerkennen, weil ich halt eben aufgrund des DNA-Tests der leibliche Vater bin. Aber sie sagen mir ganz klar, es ist illegal. Wir haben von weiteren Paaren erfahren, dass ebenfalls, wir sind beide katholisch, dass ebenfalls auch die Kirche in Deutschland ein Problem mit dieser Geschichte hat. Und manchen Paaren schon verwehrt hat, die Taufe. Wie die Kirche sich entwickelt, sei mal dahingestellt. Meine Frau kommt wieder zurück, dann kann die auch damit noch reden, weil ich denke, es ist aber auch ihre Meinung. Wie die Kirche sich dazu in Zukunft entwickelt, das ist eine andere Geschichte. Wir gehen, wir sind optimistische Menschen, wir glauben an das Positive. Wir gehen davon aus, dass sich diesbezüglich etwas bewegen wird. Und das kann aber nicht so schnell gehen, wie wir es vielleicht gerne hätten und vielleicht auch sie. Aber entsprechend muss man das so handhaben. Wenn natürlich jetzt extreme Wellen uns gegenüber, wenn auf uns zukämen, auch seitens der Kirche, das würde uns höchstens abstoßen. Daher, wissen Sie, ich kann mich nur daran erinnern, dass der liebe Gott immer wieder gesagt hat, ihr seid mit offenen Armen im Tag, werdet werdet ihr. Und so sehen wir das auch. Wie sehen Sie das? Ihr Mann hat gerade gesagt, dass Sie dann noch bestimmt noch was zu sagen könnten. Wir reden gerade darüber, dass die Kirche ja Leihmut das was ablehnt oder sagt. Und Sie haben ja eben schon gesagt, dass Sie auch gläubig sind. Und ich habe gefragt, was macht es mit Ihnen, wenn Sie wissen, dass Ihre Kirche das, was Sie eigentlich tun, ablehnt? Wissen Sie was, die Kirche ist für mich eine Institution in den Händen von Menschen und Menschen leider jede, ohne Ausnahme, Fälle machen. Jeden werden Sie auch kapieren. Ich würde einfach so wie normal reagieren, okay, Sie nennen das ab, ist auch in Ordnung. Ich bin nicht böse. Ich denke, es ist, wenn, wenn, ich bin mehr in den Händen von Gott als in den Händen von Menschen. Und wenn Gott mir so ein Geschenk, Geschenk hatte, vielleicht hat er gedacht, ich bin die richtige Person oder wir beide sind die richtigen Eltern für ihn. Sie haben mir das Kind gegeben und ich war einfach sprachlos. Ich habe ein bisschen geweint und an Gott gedacht. Und ich habe gedacht, mein Gott, so ein Geschenk. Das ist für mich, ich nenne ihn mein Stück Himmels. Ja, das ist für mich, was er bedeutet. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um diese neuen Verträge zu unterschreiben für ein zweites Kind. Genau. Also es ist ein VIP-Vertrag für ein zweites Kind, mit Rabatt, wie ich gesagt habe. Und wenn Sie sagten, dass es nicht wichtig ist, ist es Rabatt oder ohne Rabatt ja so wichtig, dass es alles um ein Kind geht. Ich würde nie, ich würde ein Kind halten. Aber ich finde das auch immer. Und ich habe schon eben gesagt, dass die Wadezeit ist kürzer geworden, ja, und die Zahlungen an die Leidmutter, aber ansonsten ist alles gleich geblieben. Das finde ich auch gut, dass die Leidmutter jetzt mehr verdient. Ja, ja, das ist jetzt die Neuerung, ja. Wir haben unsere Leidmutter bis jetzt noch nicht kennengelernt, aber wir werden sie bald kennenlernen. Und ich freue mich riesig persönlich, ihr Danke zu sagen für so ein Geschenk. Dieses Paket für Neugeborene, das war nicht nur einfach ein Paket, es war ein liebevoll zusammengestelltes Sortiment für Sachen, die wir wirklich sehr gut gebrauchen können. Kleidung und Fläschchen, was ist dort vorhanden? Was war da alles drin? Schnuller, Klamotten, Schnuller, ein Paket Pampels, Schacht, Lotion, Windeln, alles. Also es war ein Sterilisator, für den, ja genau, also Thermometer, zwei verschiedene Thermometer, wo man eben mit baden kann und so weiter. Also wirklich an alles gedacht, perfekt organisiert. Wir haben den Kinderarzt vor Ort, was unbezahlbar ist, ja, der ist nicht nur fachlich kompetent, der ist auch menschlich sehr nett. Bogdan heißt der, ja? Genau, Bogdan. Mein Baby, deswegen war er so unruhig gestern Abend. Hallo. Hallo. Julius. Julius 109. Ah, okay. Oh, mein Baby, ist okay. Mein Baby, mein Baby, hier ist meine Mutter. Hier ist meine Mutter, oh, meine Mutter. Können wir ein bisschen über Ihr Baby sprechen? Ja, bitte, Herr Doktor, danke sehr. Wir haben einen Kinderarzt, der jede Familie während ihres Aufenthalts in der Ukraine begleitet. Alle Wunscheltern haben regelmäßigen Kontakt zu ihm. Der beste Zeitpunkt für einen Neugeborenen-Shooting ist in den ersten sechs, vierten Lebenstagen. Das kann unsere Biotex-Kom-Fotografin ganz gut verwirklichen, weil die Eltern nach der Geburt von Kindern eine Weile in der Ukraine bleiben müssen. Neugeborenen-Fotografin ist immer für uns und für die Paare ein besonderes, unvergessliches Erlebnis. Wie finden Sie diese erste Zeit mit Julius? Also wie können Sie das beschreiben, dass vielleicht, also ist es ausschlaggebend, dass Sie hier in der Ukraine sind, in Venice? Und wie fühlt sich das an, gerade jetzt? Also wir fühlen uns erstmal sehr behütet. Wir könnten uns keine schöneren vier Wochen mit unserem Julius vorstellen, weil wir hier alles haben. Wir haben die optimale medizinische Versorgung. Und wir haben eine liebevolle Umsorgung. Wir können uns auch ein bisschen, wir können auch selber leben, indem wir eben in den Babyraum bringen, indem wir, das machen wir nicht oft, aber wir haben die Möglichkeit. Und das ist, das macht natürlich unser Leben hier viel, viel leichter. Und ja, wer, 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 wer. Dank Julius schlafen wir auch gut. Bis jetzt hat er uns sehr, sehr gut schlafen lassen. Ist ein ruhiges Kind, ja. Er ist ein ganz ruhiges Kind, er ist sehr aussäglichen. Unsere Managerin sagte auch, sie hätten in unserem Fall Wert darauf gelegt, eine gute Leihmutter zu finden. Die wäre ganz toll gewesen. Und sie denkt auch, dass er hat sich ein bisschen auf den Julius übertragen, weil die war sehr diszipliniert. Sie hat die Regeln super befolgt, mit Auszeichnung mehr oder weniger. Ja, und ja, und das sehen wir natürlich, der ist, der ist wirklich super, super gelungen. Der, was wolltest du noch was sagen? Bestimmt. Und ich denke, es ist sehr wichtig, zum Beispiel, die Ärzte nach ist man normalerweise mit so einem Kind ein bisschen unruhig. Sie kommen von, okay, von anderer Umgebung, vom Krankenhaus, wo die Krankenschwestern ihn versorgen. Und dann kommst du ein Kind und du hast nicht so viel Ahnung und du bist vielleicht auch unruhig. Und überfordert. Und er fängt und zwei und nachts, wie ich sage, zu singen und eine halbe Stunde singen und singen und singen. Und du weißt jetzt nicht, was zu tun. Du brauchst nur Treppe runter und da sind die Krankenschwestern. Und das ist das Beste von Besten. Für sowas finde ich kein richtiges Wort. Und das sonst, was hätte man gemacht? So, und die Krankenschwester, ich erzähle Ihnen auch, wie sie reagiert hat. Das war ganz, war ganz lustig. Wir haben ihn dann gebracht, mehr oder weniger hilflos, mit hilflosen Augen. Sie kannte nicht so viel Englisch, aber wir haben, sie hat gesehen, was das Problem ist. Sie hat ihn genommen. Es hat keine fünf Minuten gedauert. Dann hat sie ihn wieder uns zurückgegeben. Er war ganz ruhig, hat kein Tor mehr gesagt und er war eingepackt. Ich sage immer, wie so eine Babuschka. Fester eingepackt. Super ruhig. Und dann schaute sie uns mit strengen Augen an und sagte nur, eat now. No. Now eat. Now eat. Okay. Und ich habe verstanden. Das sollte für uns so viel heißen, hey, ihr bösen Eltern, ihr habt euren Jungen zu wenig zu essen gegeben. Seit dem Tag sind wir wirklich da sehr, sehr hinter. Und das war auch das einzige Mal, dass wir ein Problem hatten, wo wir quasi ihre Hilfe brauchten. Das war in der ersten Nacht, weil wir da, weil wir halt eben einfach noch ratlos waren. Aber es war ein ganz wichtiger Moment für uns, weil um 2.30 Uhr, wenn sie da irgendwo sind, da steht ihnen kein Kinderarzt zur Verfügung. Und das war wunderschön, da die Hilfe zu bekommen. Und aber seitdem mit der täglichen Absprache auch mit Herrn Dr. Bockmann geht es immer besser. Und ja, es ist wunderbar. Ich finde es auch toll, dass wir dieses Buch jeden Tag führen müssen, wann die Mahlzeiten sind, wie die Gewichtszunahme ist, etc. Und das macht vieles für uns leichter. Und dann, deswegen sind wir hier sehr glücklich. Und ich habe Ihnen auch schon gesagt, es ist uns wirklich ganz gleich, ob wir eine Woche früher oder länger hier warten müssen. Wir bleiben, wie gesagt, so lange, bis unsere Papiere fertig sind, bis alles in Ordnung ist. Wir genießen jeden Tag, jede Minute mit unserem Julius und ich hoffe, dass wir so weitergehen. Super. Können Sie kurz Ihren Tagesablauf beschreiben? Also wann stehen Sie auf, was weiter, 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 also was Sie hier machen können, ja, im Hotel? Also wir können, wir können sehr viel machen. Nur, das haben wir anfangs auch gemacht, bevor Julius da war. Da hatten wir so, ich sag mal, so unseren geregelten Wunschtagesablauf. Das heißt, wir sind morgens, stehen wir etwas früher auf, um 7 Uhr, wir gehen runter in den Gym, machen ein paar Fitnessübungen, gehen anschließend vielleicht sogar laufen oder joggen, je nachdem, wie das Wetter ist, frühstücken und so weiter. Mal in die Stadt, mal einkaufen, aber klar, jetzt mit Julius. Eine Bluse für Isabelle. Genau. Ich habe eine sehr schöne, du kannst. Ich, ja. Kann ich die Bluse zeigen? Später. Und, ähm, aber jetzt diktiert natürlich unser lieber Julius unseren Tagesablauf. Deswegen, wir richten uns mehr oder weniger nach dem Buch. Wenn er in zweieinhalb Stunden essen muss, wird er natürlich, auch wenn er hungrig ist, da ist er seinem Papa sehr ähnlich. Der Papa hat auch immer, wenn er hungrig ist, hat er nicht so gute Laune. Also, dementsprechend auch, wie es wird er sich. Und, ähm. Und das Essen muss warm sein, ja. Und das Essen muss warm sein, genau. Alle Biotex-Gumwunscheltern genießen ihre Mahlzeiten während ihres Aufenthalts in der Ukraine. Sie können diese Mahlzeiten in den hoteleigenen Restaurants essen. Die Speiseauswahl und Erbietung orientiert sich an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Patienten. Genießen Sie die internationale Küche, die wir aufgrund der Vielfalt unserer Wunscheltern zu bieten haben. Ja, davon, das bestimmt ein bisschen unseren Tagesablauf. Deswegen kann ich auch Ihre Frage, ähm, was machen Sie, wie sieht Ihr Tagesablauf aus? Ähm, wir versuchen, alle Interessen, die wir haben, miteinander zu verbinden. Also unsere als auch seine Interessen. Und trotzdem hier noch am Leben im Hotel, sprich an den Mahlzeiten, an der Kommunikation mit unseren Bekannten, die wir hier inzwischen betroffen haben, sehr liebe Familien, daran teilzuhaben und sind dabei sehr glücklich. Du sagst Bekannte, aber wir haben die Leute hier kennengelernt. Und wir sitzen auch zusammen draußen und wenn die Sonne scheint, ist auch sehr angenehm mit den Babys. Die haben mit dem Baby, man erzählt ein bisschen und das ist auch sehr angenehm. Ich habe zum Beispiel mehrere Bücher mitgebracht, zu lesen und keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit gehabt. Keine Zeit. Ja, es kommt auch so mit der Zeit halt eben, das ist das, was ich Ihnen auch schon mal sagte, so ein Gemeinschaftsgefühl auf mit den Paaren, die alle hier sind. Und was mich sehr betroffen hat, war halt eben dieses Schicksal der Paare, wie lange die auf ihr Kind bisher warten mussten. Die sind ähnlich wie wir, sind viele dabei, die sind nicht mehr 20 Jahre alt. Und entsprechend war das so für sie ein ganz lang ersehnter Wunsch, ein Kind noch zu bekommen. Und dementsprechend sind die auch so extrem glücklich. Die sind die, ich sage mal, fast so wie auf Drogen. Die sind wie in einer Trance. Und das gibt aber der ganzen Sache eine sehr schöne Atmosphäre. Und wenn man denn natürlich noch Glück hat und das Kind ist ruhig, man kann selber schlafen, man ist selber ausgeglichen dabei, dann ist es umso schöner. Deswegen müssen, man ist es eher an Ihnen von Biotex kommen, dafür zu sorgen, dass wir so schnell wie möglich wieder hier wegkommen. Weil ansonsten werden wir Ihre Gastfreundschaft noch lange in Anspruch nehmen. Können Sie kurz noch die Geschichte erzählen, warum Sie Ihren Sohn Julius genannt haben? Oh ja, erzähle ich Ihnen. Das ist schon eine Geschichte. Das ist deine Familie Geschichte, das solltest du erzählen. Also, ich habe ein... Ich habe einen Familienbetrieb übernommen, in der dritten Generation, also ich war die vierte Generation, dieses Familienbetriebs. Und der Gründer dieses Familienbetriebes, der hieß Julius, und der hat sich zum ersten Mal in unserer Familie mit der Rosenzucht beschäftigt. Der kam aus Berlin, hat in Berlin am Königlichen Hof gelernt und hat dieses Wissen mitgebracht und hat sich dann irgendwann entschieden, von Berlin nach Westdeutschland zu gehen in den Bonneraum. Und hat sich dort dann sesshaft gemacht und hat eine Familie gegründet und seine eigene Gärtnerei, seinen eigenen Betrieb gegründet, um dort dann Rosen zu züchten. Und diese Tradition, die haben dann sein Vater, mein Vater und letztendlich ich auch weitergeführt. Und da ich nur eine Schwester habe, wäre der Name eigentlich ausgestorben, wenn ich kein Kind bekommen hätte. Und da wir das Glück hatten, jetzt einen Julius zu bekommen, einen Jungen, ist die Nachfolge, beziehungsweise der Name ist gesichert, was der macht. Ob der weiterhin auch Rosenzüchten wird, da sei mal dahingestellt. Aber wir haben somit einen Nachfolger gefunden und aus Ehre dem Gründer gegenüber der Firma und der Familie haben wir ihn auch Julius genannt. Und natürlich darüber hinaus, weil uns einfach der Name auch sehr gut gefällt. Ja, ich hätte noch die Frage über die Leihmutter. Ja, Isabelle hat mir schon vorhin gesagt, dass Sie schreiben eine Karte an die Leihmutter im Namen von Julius. Können Sie ungefähr den Text wiedergeben, was da dort geschrieben steht, was Julius sozusagen an seine Leihmutter schreibt? Liebe Valentina, danke, dass du meinen Eltern geholfen hast, um mich zur Welt zu bringen. Meine Zeit bei dir? Es tut mir sehr leid, dass ich manchmal dir Schwierigkeiten gegeben habe, aber meine Zeit bei dir war sehr schön. Und hier habe ich auch gesagt, ich und meine Eltern werden immer für dich und deine Familie beten. Gott zeichne dein Leben. Das war's. Das gefällt mir sehr. So was habe ich noch nicht gehört, dass eine Familie einen Brief schreibt im Namen vom Kind. Also normalerweise schreiben sie das selber. Ja. Nein. Können Sie noch kurz über die Geschenke erzählen, über Ihre Stellungnahme zu den Geschenken, die Leihmutter bekommt? Also Sie haben mir dann vorhin erzählt, dass... Es ist so. Über diese bleibende Erinnerung, ja. Wir haben nicht so viel, okay, wir haben gar keinen Kontakt mit dir, aber wir haben uns gedacht, mit Sicherheit muss sie Kinder haben. Und für die Kinder haben, wir wissen auch nicht, wie groß, wie klein die Kinder sind. Und dann haben wir ein paar Süßigkeiten für die Kinder mitgebracht. Und für sie haben wir uns entschieden, Geld zu bringen. Vielleicht hat sie einen Wunsch, sagen wir, vielleicht möchte für ihr Haus oder irgendwas oder für ihre Kinder oder für sie selbst etwas Besonderes kaufen. Und dann, es ist ein Geschenk von Julius für sie, weil sie ihm und uns als Eltern geholfen hat. Und das ist unsere Idee. Es war auch unsere Idee, wir haben uns bewusst gegen ein Geschenk entschieden, was vielleicht schöner gewesen wäre. Zum Beispiel ein Schmuckstück oder sonst irgendwas. Weil ich denke, damit macht man das der Leihmutter nur schwerer, von dem Kind loszulassen. Das Kind zu vergessen, was ja wahrscheinlich eine Mutter niemals kann. Aber dafür haben wir uns entschieden und deswegen möchten wir auch keinen Kontakt mit ihr haben, sondern wir werden ihr den Brief geben. Mein Kontakt mit dir ist, ich bitte für sie und ihre Familie. Okay, dann bedanke ich mich für das herzliche Gespräch jetzt und wünsche, dass Julius weiterhin gut geht, dass er gedeiht, wächst und dass er auch demnächst ein Geschwister hinbekommt. Oh ja. Danke, danke. Guckilu, was sagst du? Babys dürfen ab dem ersten Tag an die frische Luft. Ein Spaziergang ist sowohl für die Eltern als für ihre Kinder eine Wolltat. Die Ukraine hat die wunderschöne Natur und das Hotel hat in der Nähe einen Wald. Unser sportliches Paar konnte täglich im Wald Sport treiben. Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich sein ist der Weg. Wir sitzen jetzt im Zug, alles ist super. Hier nochmal ein kleines Bild. Unser Julius hat natürlich Hunger, wie immer. Er hat die ganze Zeit im Flugzeug geschlafen, laut der guten Medizin von Dr. Woktan. Und du siehst, er ist sehr zufrieden, hat Appetit. Meiner Frau Isabel geht es gut. Sie ist glücklich, endlich wieder in Deutschland zu sein. Das Wetter ist gut, die Sonne scheint. Und ja, wir sind gut angekommen. Ja, Lieblein, du bist ja unser kleiner Schatz. Ja, unser kleiner Schatz. Als wenn sie gestern noch einen krimischen Baby in der Hand gehabt hätten. Die Oma betet, dass du ganz großer, starker Mann wirst. Ja, die Oma betet, dass du ganz großer Schatz hast. Ja, die Oma betet, dass du ganz großer Schatz hast. Ja, die Oma betet, dass du ganz großer Schatz hast. Ja, die Oma betet, dass du ganz großer Schatz hast. Ja, die Oma betet, dass du ganz großer Schatz hast. Ja, die Oma betet, dass du ganz großer Schatz hast. Ja, die Oma betet, dass du ganz großer Schatz hast.